Wir sind Jo und Sarah. Und wir sind aus Gelsenkirchen und haben ein Mode-Label namens, äh, Closing. Wir machen Mode für junge Leute. Für junge, ausgefallene Leute, die sich was trauen. Gelsenkirchen-Uckendorf ist für uns momentan ein guter Standort, weil die Mieten so günstig sind. Und zweitens, so assi, dass es wieder cool ist. Uckendorf hat auf jeden Fall das Potenzial, sowas zu sein wie Kreuzberg in Berlin, da hier einfach diese Kreativität noch im Underground schlummert. Und es muss sich nur noch zusammenfinden, um eine Szene zu bilden. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017